Wir sind von unserem Alltag auf. Das war eine richtige Entscheidung. Wir fühlten ganz viele negative Stimmungen. Ich war vorher sehr gespannt, wie wir den Hund in unseren Alltag unterbringen, weil man immer den Eindruck hat, dass eigentlich der Alltag ausgefüllt ist. Und da fragt man sich schon, wie man so einen Hund denn unterbringen soll. Vor allen Dingen, wenn er da im Garten kommt. Komm mal da raus!